Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. In unserer Serie über die neuen Funktionen von EDIUS 9 geht es diesmal um den Export in 10-Bit und 422 und zwar im bekannten MP4-Format bzw. H.264-Codec, denn das ist eine Funktion, die wirklich sehr viele Anwender brennend interessiert. Ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Als erstes sollten Sie Ihre Projekteinstellung überprüfen. Ich ändere die Videobittiefe auf 10-Bit. Für interne Berechnungen sollten Sie auch das Renderformat ändern auf HQX. Standard reicht in vielen Fällen vollkommen aus. EDIUS 9 bietet mehrere Farbräume an gegenüber EDIUS 8. Da sind also neue hinzugekommen, insbesondere für HDR-Verarbeitung. Das Schöne ist aber, mit 10-Bit hat es erstmal nichts zu tun. Ich bleibe hier in meinem 709-Farbraum, also im HDTV-Farbraum. Wichtig ist, wie gesagt, dass Sie hier 10-Bit einstellen. Ich bestätige das Ganze. Hier oben habe ich jetzt noch keinen großen Unterschied gesehen in meinem Videobild. Im Übrigen ist solch ein Bild auch nicht unbedingt geeignet, um das jetzt zu testen. Ich entscheide mich daher für etwas anderes. Ich lösche das Material heraus und erstelle mir eine Farbmatte. Zunächst setze ich mir einen In-Punkt und einen Out-Punkt mit I und O, drücke die rechte Maustaste, wähle Neuer Clip Farbmatte, gebe hier die Anzahl der Farben mit 2 an. Setze schwarz auf den dunkelsten Wert. Und als zweiten Wert wähle ich weiß, auch hier in der höchsten Stufe. Ich habe hier also den vollen Bildbereich. Und das ist jetzt auch eine Möglichkeit, wie man das sehr gut testen kann. Dass ich jetzt einen Grauverlauf nutze, ist vielleicht etwas ungewöhnlich, denn ich möchte ja eigentlich meine 10-Bit-Farbtiefe haben, was ungefähr einer Milliarde Farben entspricht, dagegen über 8-Bit mit ungefähr 16 Millionen Farben. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Allerdings kann ich die Farbabstufung deutlich besser beurteilen, wenn ich das zunächst mir im Luminanzsignal anschaue, also über die Helligkeitsverteilung. Hier in der Videoaufzeichnung lässt sich das leider nicht ganz wiedergeben. Deswegen sollten Sie das auf jeden Fall einmal selbst ausprobieren. Mit 10-Bit können Sie in EDIUS schon das gefürchtete Bending, hier sehr gut eliminieren. Wenn ich das mal groß mache, dann sehe ich zumindest jetzt auf meinem Bildschirm, dass ich hier einen ganz sauberen Verlauf habe, von schwarz nach weiß. Durch die Aufzeichnung werden hier wahrscheinlich einige Artefakte zu sehen sein. Das ist aber nicht im Original so. Um es weiter zu testen, empfehle ich Ihnen, noch mal kurz zurückzustellen. Ich wähle bei den Projekteinstellungen statt 10-Bit noch mal 8-Bit. Wenn ich mir das jetzt angucke, mir fällt es jetzt schon hier auf, dann ist das Bending jetzt hier wieder vorhanden. Das heißt, die Abstufen sind jetzt deutlich gröber. Das heißt, 10-Bit machen auch hier wirklich Sinn. Ich stelle das wieder zurück auf 10-Bit und erhalte wieder meinen sauberen Verlauf. Bis jetzt war es in EDIUS nicht möglich, ein MP4-Video herauszugeben mit 10-Bit. Das bedeutet, wenn ich hier intern mit 10-Bit gearbeitet habe in EDIUS, dann habe ich spätestens bei der Ausgabe meine Qualität wieder verspielt. Das ist jetzt in EDIUS neu und es ist wirklich hervorragend gelöst. Ich mache jetzt folgendes. Ich gehe auf Datei, Exportieren, in Datei ausgeben. Wähle H.264 und hier noch mal H.264. Gehe auf Exportieren. Diese Einstellung kennen Sie bestimmt, wenn Sie unsere Schulungsvideos gesehen haben. Für H.264 sollten Sie hier immer die Variable-Bitrate einstellen. Sie können hier den durchschnittlichen Wert verändern. Das hängt davon ab, welche Einstellung Sie gewählt haben. Bei UHD bzw. 4K geht das hoch bis 200 Mbit. Hier habe ich 50 Mbit zur Verfügung. Ich wähle mal eine mittlere Qualität von 25 und passe auch hier die maximale Datenrate auf 27 an. Qualität wähle ich superfein. Wähle einen Ordner, wo das Ganze hin exportiert werden soll. Gebe einen Namen an. Und jetzt kommt das Wichtigste. Bevor ich den Export starte, indem ich auf Speichern klicke, wähle ich unter Erweiterte Einstellungen. Bei der Bit-Tiefe nicht 8 Bit, sondern 10 Bit. Und bei dem Chroma-Format wähle ich das 420 422. Das ist die Farb-Unterabtastung. Die restlichen Einstellungen lasse ich erst mal so stehen. Gehe auf Speichern und exportiere meinen Videoclip. Das geht hier relativ schnell, denn auch die Geschwindigkeit hat sich deutlich erhöht bei IDIUS 9 gegenüber IDIUS 8. Um den Export zu überprüfen, gehe ich wie folgt vor. Ich nehme hier eine Abkürzung, drücke mit der rechten Maustaste auf dem Videoclip. Wähle Explorer. Und jetzt öffnet sich automatisch mein Exportverzeichnis. Und hier finde ich jetzt die Datei. Ich kann das Ganze natürlich jetzt einfach starten und mir anschauen. Allerdings kann ich jetzt hier die Qualität nicht beurteilen. Und Sie sehen das auch nicht hier in der Aufzeichnung, denn diese wird immer komprimiert. Ich wähle einen anderen Weg und zwar nutze ich MediaInfo. Das ist ein kleines kostenloses Programm, was Sie einfach runterladen können. Einfach mal danach in einer Suchmaschine Ihrer Wahl suchen. MediaInfo rufe ich auf hier mit der rechten Maustaste. Und jetzt bekomme ich eine sehr detaillierte Analyse meines Dateiformats. Und hier kann ich schon erkennen 422. Das war bei IDIUS 8 nicht so. Da gab es nur 420. Jetzt möchte ich aber noch wissen, ob wirklich 10-Bit verwendet worden sind. Dazu wähle ich eine andere Ansicht. Gehe hier auf die Textstruktur und auch hier suche ich jetzt nach dem Format. Ich sehe, es ist YOV. Ich muss hier etwas weiter runtergehen. Und ich sehe hier bei der Farbunterabtastung meine 422. Und vor allen Dingen sehe ich jetzt auch, dass hier 10-Bit verwendet worden sind. Das ist neuen IDIUS 9 und ein wirklich sehr großer Vorteil. Sie werden es selbst erleben, wenn Sie Ihre Filme in voller Farbenpracht Ihrem Publikum vorführen. Wenn Sie Fragen haben zu IDIUS 9, dann schreiben Sie mir oder meinem Team. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.